Alex Frey, bei dem FC Wiel war es in Basel ein unruhiger Abgang, in dem Sie aber Flucht aus Basel Richtung Wiel? Nein, überhaupt nicht, weil ich einen Entscheid getroffen habe. Und wenn ich einen Entscheid treffe, dann treffe ich sie aus Überzeugung. Ich war zwei Wochen zu Hause und musste mich im Privatleben akklimatisieren, damit ich meiner Frau wieder auf die Nerven ging. Aber es war toll mit meiner Frau und den Kindern wieder. Und das ist eher ein bisschen Zufall, dass dann so relativ zügig gegangen ist, dass ich hier in Wiel bin. Und jetzt schon auf der Suche nach einer Wohnung hier in Wiel? Ja, ich werde es sicher so machen, dass ich halb halb machen werde. Ob das eine Wohnung ist oder im Hotel, das werde ich noch entscheiden. Aber ich habe hier ein Abkommen mit meiner Frau und sie dreht das zu 100% mit. Das heisst eben halb halb, die Hälfte dort in Basel? Nein, also das Abkommen ist einfach so, dass primär... Also ich finde es ungemein wichtig, dass sie so einen Ausgleich haben. Weil wenn es meiner Familie gut geht, geht es mir gut. Und wenn es mir gut geht, glaube ich, gibt es auch die Energie für einen FC Wiel. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Und ich bin aber so, wie soll ich sagen, dass es für mich gilt, die komplette Kraft ohne Familie zu vernachlässigen. Achtung, aber die komplette Kraft im FC Wiel. Also das heisst immer, die Planung wird FC Wiel sein und dann die Planung Familie, nicht umgegeben. Sind das also Werte, die Sie an einer Mannschaft weitergeben möchten? Ich weiss, dass ich als Spieler vielleicht nicht immer so ein wahnsinniger Vorbild gewesen bin für gewisse Werte. Aber ich glaube, dass man sich als Mensch und Typ ein bisschen entwickeln kann. Und wenn man so ein bisschen eine Selbstreflexion macht und wenn man gewisse, sagen wir mal, tiefe Teile durchläuft, dass man dann durchaus Schlüsse ziehen kann, die einem den Charakter ein bisschen verändern. Und für mich ist das sehr wichtig gewesen. Ich möchte die Zeit nicht missen. Ich habe ungemein viel lernen können, aber man darf nicht... Man muss den Unterschied machen zwischen Spieler und Trainer. Weil Spieler bist du Nehmer, bist eine gewisse Portion auch Egoist. Und als Trainer bist du Geber. Und dort drin hast du eine Verantwortung für den Klub, für den Trainerstab. Du hast eine Verantwortung für ein Physioteam. Du hast eine Verantwortung für über 22, 23 Spieler. Und das ist die Schwierigkeit. Der FC Wiel ist ein Ausbildungs-Klub. Trotzdem ist man natürlich auch ambitioniert, wenn wir groben weit spielen wollen. Wie kann man das gegeneinander aufwägen? Was ist wichtiger? Geben weit spielen oder junge Fördern? Nein, nein, nein. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Weil ich das Gefühl habe, dass der FC Wiel sich komplett einordnen kann. Wo gehört er im Schweizer Fussball an? Und das ist schon mal viel, wenn ihr das könnt. Im Gegensatz zu vielleicht ein paar anderen Vereinen, die hier in Europa rumtingeln. Man kann das in einigen bringen. Und ich habe Ihnen auch gesagt, das ist für mich ein Erfolg. Wenn du siebten wirst in einer Liga, aber du hast vier Spieler, die einen nächsten Step machen können in einer Super-League-Mannschaft und dort Fuss fassen, dann hast du einen Top-Job gemacht. Dann bringt es dir eigentlich mehr als du Dritten wirst und kein Mensch wird weggehen. Denn dann hat es nichts mit Ausbildung zu tun. Kann man das quantifizieren? Irgendwie Platz vier und vier Spieler ausbringen? Oder so etwas? Das wäre natürlich das ideale Szenario. Wenn ihr mir das garantieren könnt, dann unterschreibe ich das sofort. Ich versuche, das so gut wie möglich anzubekommen. Das ist die Ambition. Aber die Realität ist eine andere. Und für uns gilt es, so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun. Und alles andere, was dazukommt, ist auch befreiend für die Spieler. Du musst irgendwann in einen Flow hineinkommen und so weiter. Es tut aber gewissen Spielern auch gut, dass wenn sie einen gewissen Druck haben, dass du eben nicht immer nur gewünscht, sondern dass du eben auch lehrst zu verlieren. Weil meistens ist es so, dass du eigentlich aus der Niederlage am meisten lehrst. Nur fünf Tage bis zum ersten Plichtspiel. Kein einziges Testspiel mehr steht da. Was können Sie überhaupt noch machen in dieser kurzen Zeit? Wir werden viel mit den Spielern reden. Entschuldigung, um sie zu kennenlernen. Das ist auch eines. Es gibt gewisse Sachen, die du relativ schnell einbringen kannst in der Trainingseinheit. Aber das wird ein längerer Prozess. Das ist so, bis wir dort nach der Idealvorstellung kommen, die ich gerne sein möchte. Aber das wird auch nicht drei oder vier Monate gehen, sondern das wird länger gehen. Und dafür habe ich auch wirklich die komplette Unterstützung vom Verein. Wir werden versuchen, so erfolgreich wie möglich zu spielen. Wir müssen aber auch ein Tick flexibler werden in den Spielsystemen. Und das wird sicher ein Thema sein in der nächsten Woche. Meinst du Alex Frey seine Traumvorstellung von Anabed? In Bezug auf? Mit der Mannschaft, mit dem FC Wien als Trainer? Mein Ding war immer so, dass wenn man eine klare Spielstelle kennt von einer Mannschaft, einen coolen, frechen Fussball, technisch versierten Fussball, dynamisch, offensiv, ohne die Defensive zu vergessen. Weil am Ende des Tages gibt es immer so die, ich gehe nach fünf Euro ins Frasenschwein, aber es ist so, dass dir die offensiven Match gewinnt und die defensiven Meisterschaften. Das ist einfach so. ich mag nicht.